Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Von Manfred Spitzer. Es liest Christoph Wortberg. Vorwort. Etwa 250.000 der 14- bis 24-Jährigen gelten als internetabhängig. 1,4 Millionen als problematische Internetnutzer. So steht es im Jahresbericht der Suchtbeauftragten der Bundesregierung Mechthild Dickmanns, der am 22. Mai 2012 publiziert wurde. Während der Konsum von Alkohol, Nikotin sowie weichen und harten illegalen Rauschdrogen rückläufig ist, steigen Computer- und Internetsucht dramatisch an. Keine vier Wochen vor Erscheinen des Berichts hatte Kulturstaatsminister Bernd Neumann die Laudatio auf ein Killerspiel gehalten, dessen Produzenten 50.000 Euro Steuergelder als Preis erhielten. Zugleich wird eine Verdreifachung der Spielsucht innerhalb von nur fünf Jahren festgestellt, die vor allem arbeitslose junge Männer betrifft. Ich selbst habe Computerspielsüchtige und Internetabhängige als Patienten an der von mir geleiteten Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm behandelt. Das Leben dieser Patienten wurde durch digitale Medien völlig ruiniert. Vor fünf Jahren verzeichneten Ärzte in Südkorea einem hochmodernen Industriestaat mit weltweit führender Informationstechnik bei jungen Erwachsenen immer häufiger Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen sowie emotionale Verflachung und allgemeine Abstumpfung. Sie nannten das Krankheitsbild digitale Demenz. Unter anderem darum wird es in diesem Hörbuch gehen. Es ist meinen Kindern gewidmet. Ihnen eine Welt zu hinterlassen, die wertvoll, erhaltenswert und so lebenswert ist, dass man sich trotz Erderwärmung, Weltwirtschaftskrise und den vielen bekannten großen Herausforderungen der Gegenwart gerne dazu entschließt, selbst Kinder zu bekommen, ist mir ein hohes Ziel. Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Welt zu arbeiten. Gemeinschaft, Zukunft, Freiheit, das sich kümmern um die Menschen und ihre tatsächlichen Probleme, das selbstbestimmte Handeln aufgeklärter, kritikfähiger Menschen zu fördern und sich für diejenigen einzusetzen, die das noch nicht können, unsere Kinder oder nicht mehr können, Kranke und Ältere. Das sind meine Werte, die ich als Kind von meinen Eltern vorgelebt, wie eine Impfung aufgenommen und fürs Leben mitbekommen habe. Einführung Digitale Medien, Computer, Smartphones, Spielkonsolen und nicht zuletzt das Fernsehen verändern unser Leben. In den USA verbringen Jugendliche mittlerweile mehr Zeit mit digitalen Medien, gut siebeneinhalb Stunden täglich, als mit Schlafen, wie eine repräsentative Studie mit mehr als 2000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren ergab. Im Jahr 1913 schrieb Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, des Plattenspielers und des Kinos, in einer New Yorker Zeitung Als knapp 50 Jahre später das Fernsehen aufkam, gab es ähnlich optimistische Stimmen, die meinten, man könne nun endlich Kultur, Werte und Wissen bis in die letzten Winkel der Welt bringen und so den Bildungsstand der Menschheit insgesamt deutlich verbessern. Noch einmal 50 Jahre später bringt der Computer die Leute dazu, wieder von völlig neuen Möglichkeiten zu sprechen, die das Lernen in der Schule revolutionieren werden. Dieses Mal ist allerdings alles anders, werden Scharen von Medienpädagogen nicht müde zu betonen. Dabei sind wir schon Zeuge des Aufstiegs und Falls des E-Learning geworden, so wie wir in den 70er Jahren das Scheitern von Sprachlaboren und programmiertem Unterricht erlebt haben. Das Lernen allein am Computer funktioniert nicht, darüber sind sich mittlerweile sogar die größten Fürsprecher der Computernutzung einig. Warum ist das so? Und was bedeutet das für diejenigen, die dauernd mit Computer und Internet umgehen? Zu den wichtigsten Erkenntnissen im Bereich der Neurobiologie gehört, dass sich das Gehirn durch seinen Gebrauch permanent ändert. Wahrnehmen, denken, erleben, fühlen und handeln, all dies hinterlässt sogenannte Gedächtnisspuren. Waren diese bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch hypothetische Gebilde, so kann man sie heute sichtbar machen. Die Synapsen, jene plastischen, sich verändernden Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, über welche die elektrischen Signale laufen, mit denen das Gehirn arbeitet, können heute fotografiert und sogar gefilmt werden. Man kann zusehen, wie sie sich bei Lernprozessen verändern. Auch die Größe und die Aktivität ganzer Bereiche des Gehirns lassen sich mittels bildgebender Verfahren sichtbar machen und so lassen sich die neuronalen Auswirkungen von Lernprozessen im großen Stil nachweisen. Wenn nun aber das Gehirn immer lernt, es kann nicht nicht lernen, dann hinterlässt auch die mit digitalen Medien verbrachte Zeit ihre Spuren. Hierbei ist auch zu beachten, unser Gehirn ist das Produkt der Evolution, es entstand also über einen langen Zeitraum durch Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen, zu denen digitale Medien definitiv nicht gehörten. Und ebenso wie man heute sehr viele Zivilisationskrankheiten als Ausdruck eines Missverhältnisses der früheren Lebensweise, Jagen und Sammeln, also viel Bewegung und ballaststoffreiche Nahrung, und des modernen Lebensstils wenig Bewegung, ballaststoffarme Nahrung versteht, lassen sich die negativen Auswirkungen der digitalen Medien auf geistig-seelische Prozesse im Evolutions- und neurobiologischen Rahmen besser begreifen. Es können hierbei ganz unterschiedliche Mechanismen und Prozesse beschrieben werden, die kognitive Leistungen wie Aufmerksamkeit, Sprach- oder Intelligenzentwicklung betreffen, sich also letztlich auf die Funktion des menschlichen Geistes beziehen. Überlegen Sie einmal kurz. Die Telefonnummern der Verwandten, Freunde und Bekannten sind im Handy gespeichert. Den Weg zum verabredeten Treffen mit Ihnen zeigt das Navigationssystem. Die beruflichen und privaten Termine hat man ebenfalls im Handy oder im PDA, dem Personal Digital Assistant. Wer etwas wissen will, der googelt. Seine Fotos, Briefe, Mails, Bücher und Musik hat man in der digitalen Wolke. Selbst denken, speichern, überlegen. Fehlanzeige. Jeden Tag bekomme ich von Schülern und Studenten E-Mails, etwa der folgenden Art. Lieber Herr Professor, ich, wir arbeiten gerade an einem Referat, einer Hausarbeit, einer Bachelor-, Magisterarbeit, einer Dissertation. Zum Thema Gehirn und X. Setzen Sie für die Variable X jeden beliebigen Sachverhalt ein. Können Sie mir, uns, bitte die folgenden Fragen beantworten. Erstens, wie funktioniert das Gehirn? Zweitens, drittens, viertens. Und wenn es sich beim Absender um Schüler handelt, findet sich nicht selten der folgende Schlusssatz. Bitte beachten Sie noch, dass wir morgen abgeben müssen. Es wäre also gut, wir hätten Ihre Antworten gleich. Wenn ich überhaupt antworte, das hängt von meiner Tagesform Zeit und der Nettigkeit des Schreibens ab, dann schicke ich Artikel, die von den Betreffenden selbst gelesen werden müssen. Und das sage ich Ihnen auch. Denn wer im Netz einfach jemanden fragt, statt sich selbst mit einem Thema zu beschäftigen, der hat gar nicht begriffen, warum er diese Arbeit überhaupt macht. Die Schüler sollen ja lernen, selbst zu denken. So lässt sich vermeiden, was drei Schülern passiert ist. Sie sollten ein Referat über Georgien halten und lieferten eine sehr schöne PowerPoint-Präsentation ab. Über Georgia. Demenz ist mehr als nur Vergesslichkeit. Und so geht es mir bei der digitalen Demenz auch um mehr als nur darum, dass besonders junge Menschen immer vergesslicher zu werden scheinen. Es geht vielmehr um geistige Leistungsfähigkeit, Denken, Kritikfähigkeit um die Übersicht im Dickicht der Informationsflut. Wenn die Kassiererin 2 plus 2 mit der Maschine berechnet und nicht merkt, dass das Ergebnis 400 falsch sein muss. Wenn die NASA einen Satelliten in den Sand beziehungsweise ins endlose All setzt, weil niemandem aufgefallen ist, dass Inches und Meilen nicht dasselbe sind wie Zentimeter und Kilometer. Oder wenn Banker sich mal eben um 55 Milliarden Euro verrechnen, dann heißt dies letztlich alles nur, dass keiner mehr mitdenkt. Offenbar hat in diesen Fällen niemand grob im Kopf überschlagen, was größenordnungsmäßig herauskommen müsste, sondern sich stattdessen auf irgendeinen digitalen Assistenten verlassen. Wer hingegen mit Rechenschieber oder Abakus rechnet, der muss die Größenordnung im Geist mitbedenken und kann kein völlig unwahrscheinliches Ergebnis liefern. Herr Spitzer, Sie sind technikfeindlich, mögen mir einige vorwerfen. Nein, das bin ich nicht. Ich bin jedoch sehr dafür, dass wir vorsichtig sind, was neue Technik anbelangt. Anhand eines Beispieles sollten wir aus der Geschichte lernen. Als vor gut 100 Jahren die Röntgenstrahlen erfunden wurden, waren Röntgengeräte bald danach auf Partys der Oberschicht der Renner. Und man fotografierte sich gegenseitig die Knochen. Allein in den USA hielten Mitte der 20er bis Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mehr als 10.000 Pädoskope Einzug in Schuhgeschäfte, mit denen man seine Fußknochen betrachten konnte. Den Verkauf der Geräte beförderte interessanterweise die Angst der Kunden vor nicht gut passenden Schuhen, vor allem auch bei ihren Kindern. Ihre Füße haben Sie lebenslänglich, erinnerte man die Kunden durch entsprechende Werbung, und daher sollten die Schuhe genau passen, insbesondere natürlich den Kindern. In Wahrheit war das Ganze ein Trick, um die Menschen in die Schuhgeschäfte zu locken, vor allem Kinder, die für alles Neue einfach zu begeistern sind, hatten einen Riesenspaß daran, ihre eigenen Fußknochen zu betrachten, weswegen die Maschinen für Kinder so aufregend waren wie geschenkte Luftballons und Dauerlutscher. Man stellte die Geräte daher auch entsprechend im Schuhgeschäft auf. Erst als man nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im Jahre 1945 die massiven Strahlenschäden bei den Überlebenden zur Kenntnis nahm, wurde den Menschen weltweit die Gefahr durch elektromagnetische Strahlen bewusst. Im Jahr 1950 publizierte Messungen an Pädoskopen ergaben eine aus heutiger Sicht unverantwortlich hohe Strahlenbelastung mit, gerade bei Kindern kaum abschätzbaren gesundheitlichen Folgen. Dennoch dauerte es noch mehr als 20 Jahre, bis auch die letzten Geräte aus den Läden verschwanden. Nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen braucht man einen Computer zum Lernen genauso dringend wie ein Fahrrad zum Schwimmen oder ein Röntgengerät, um Schuhe anzuprobieren. Weil jedoch gerade sozial schwache Familien permanent erzählt bekommen, wie wichtig ein Computer für das Lernen sei, kaufen vor allem diese von ihren ohnehin geringen Ersparnissen ein Gerät. Letztlich aus Sorge um die Zukunft der Kinder und bewirken damit genau das Gegenteil dessen, was sie für ihre Kinder wollen. Bessere Bildungschancen. Denn Computer fördern nicht die Bildung der jungen Menschen, sondern verhindern sie eher oder haben bestenfalls gar keinen Effekt. Die Industrie operiert also geschickt mit der Angst der Eltern aus sozial schwachen Schichten, um ihnen auch noch das letzte Geld aus den Taschen zu ziehen. Um es mit aller Deutlichkeit zu sagen, das Gemeine am Marktgeschrei für Computer in den Schulen ist, dass das, was die Eltern tun, sie kaufen ihrem Fünftklässler einen Computer, genau das bewirkt, was sie nicht wollen und wovor sie sich ängstigen.